ach leute es ist doch so keine gute idee für beauty bands oder paula wolf nicht jetzt dass ich böse meine paula oder beauty bands ich meine nur naja ich habe keine schwinke und so hallo das ist jetzt noch mal ein kurzes video und ich werde euch noch ein paar infos zu mir geben also ich bin halb zehn jahre alt habe eine großfamilie pflegeeltern und ich hoffe dass ihr mich deswegen nicht mobbt noch viel zu dünn wie gesagt ich bin zehn jahre alt und habe wiege 29 kilo ja heute hat ein spiel sportfest in der schule in klasse 3b grundschule appensinn und er ist halt so hier war ein erster platz und tschüss